Sie sehen einen Film einer Führerstandsmitfahrt aus einem historischen Schienenbus. Sie sehen die Bahnstrecke Gießen-Gelnhausen zwischen Gießen und Nidar. Diesen Film können Sie mit noch anderen Führerstandsmitfahrten im Internet herunterladen auf www.rumsenden.de www.rumsenden.de Die Musik ist vom Kraftfutter-Mischwerk. Die Titel stehen unter einer freien Creative Commons Lizenz im Internet. Die Lizenzinfos und die Download-Links zur Musik finden Sie zusammen mit dem Film auf www.rumsenden.de Dies ist ein Film von Gregor Atzbach. Ein Dank geht an die oberhessischen Eisenbahnfreunde aus Gießen, die regelmäßig Sonderfahrten mit historischen Schienenbussen unternehmen. Mehr Informationen zu den oberhessischen Eisenbahnfreunden gibt es im Internet unter www.oef-online.de www.oef-online.de Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt. Noch gar nichts mehr zu sagen. Jetzt merkt es, dass Sie wieder hochgehen. Jetzt halten Sie schön nach Hause. Lassen Sie mal. Also immer doch daher, dass wir nicht mehr haben. Tschüss. Existenz! Tschüss. Jetzt kommt ja das Stückchen, da vorne wird es dann wieder ein Stückchen bergab. Das muss mal jetzt voll sind. Ja. Nein, na. Ich bin hier aber bei einem Ganzen. Ich bin hier bei einem Ganzen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020